Hier sehen wir das Sea of the Sun Gate Hotel. Das ist ein Nachbarhotel von unserem. Und hier ist dann ein Ort ein Hotel nach dem anderen. Super toll. Heute haben wir kein Windchen. Geschätzte 40 Grad. Und das Mitte Mai. Und das ist echt ein Traum. Man kann wirklich gut Mitte Mai in die Türkei zum Baden. Gestern hatten wir am Pool 38 Grad.